Wie bitte? In die Ferien wurde richtig, dass man Hamsterkäufe zählen soll. Haben Sie noch welche auf Vorrat? Ja, am Amsterdach. Bezüglich des Coronavirus. Wir sind jetzt hier ganz normale Jagdzucht hier aus Deutschland. Okay, sehr gut. Ja, geht nur darum, dass man halt nicht hungert die ganze Zeit, ist klar. Okay, ne, die sind ganz normale Nachzugs hier aus Deutschland. Perfekt, super. Dann komme ich später vorbei. Okay, gut, bis später. Bis später, tschüssi.